Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Jungfrau, die heutige Energie könnte dich in verschiedene Richtungen ziehen, ähnlich wie ein Kind im Süßwarenladen, das nur einen Dollar ausgeben kann. Alles scheint köstlich und verlockend zu sein, aber du musst aufpassen, dass du dich nicht auf zu viele Aufgaben verteilst, ohne eine davon zu Ende zu führen. Wenn du dich festgefahren fühlst oder unsicher bist, welchen Weg du einschlagen sollst, ziehe dich zurück und verbringe etwas Zeit allein. In der Einsamkeit gewinnst du oft Klarheit und Konzentration zurück, sodass du überlegt ihre Entscheidungen treffen kannst. Du bist für deine Fähigkeit bekannt, effektiv und unabhängig zu arbeiten, also zögere nicht, diese Stärke zu nutzen, wenn du sie brauchst. Anderen etwas zu geben, macht dir wirklich Spaß, denn so kannst du dein intuitives und sensibles Wesen zum Ausdruck bringen. Deine eigenen Bedürfnisse können jedoch manchmal in den Hintergrund treten, vor allem, wenn du von Menschen umgeben bist, die deine emotionale Tiefe vielleicht nicht ganz verstehen. Um sicherzustellen, dass deine emotionalen Bedürfnisse erfüllt werden, ist es wichtig, dass du lernst, deine Gefühle zu artikulieren und nach Möglichkeiten des Selbstausdrucks zu suchen. Einem virtuellen Buchclub beizutreten, kann zum Beispiel eine gesellige und unterhaltsame Möglichkeit sein, deine emotionalen Reaktionen auf Literatur mitzuteilen und gleichzeitig gehört und verstanden zu werden. Heute strotzt du vor körperlicher Energie, sodass es eine ideale Zeit ist, um verschiedene Aufgaben und Verantwortlichkeiten anzugehen. Scheue dich nicht davor, länger zu arbeiten oder zusätzliche Aufgaben zu übernehmen, wenn es nötig ist, denn du hast die Ausdauer und die Fähigkeit, das zusätzliche Arbeitspensum mit Leichtigkeit zu bewältigen. Deine Effizienz und Arbeitsmoral heben dich von anderen ab und ermöglichen es dir, auch dann zu glänzen, wenn es anderen schwerfällt. Heute herrscht eine Atmosphäre der Harmonie und Freundlichkeit vor. Du könntest dich an unbeschwerten Gesprächen beteiligen, in denen sich die Menschen gegenseitig Komplimente machen und herzlich über nicht ganz so lustige Witze lachen. Wenn du eine Vorliebe für solche Gespräche hast, bist du vielleicht gut vorbereitet, wenn dein Partner dich einlädt, seine Familie kennenzulernen, insbesondere seine Mutter. In solchen Situationen kann eine gute Körperhaltung, das Vermeiden von Zappeln und Höflichkeit viel dazu beitragen, einen positiven Eindruck zu hinterlassen. In dieser Woche sind die kosmischen Kräfte so ausgerichtet, dass sie dir eine freudige und unerwartete Überraschung bescheren. Die Planeten bewegen sich in Harmonie und das Schicksal wird sich für dich wenden. Ob es sich um einen lang ersehnten beruflichen Durchbruch, eine zufällige Begegnung mit einem besonderen Menschen oder einen finanziellen Glücksfall handelt, das Universum hat sich verschworen, um dein Leben mit Freude und Wundern zu erfüllen. Bleib offenherzig und aufgeschlossen, denn diese wunderbare Wendung kann von ganz unerwarteter Seite kommen. Nimm die positive Energie an, die dich umgibt, und lass dich von diesem kosmischen Geschenk daran erinnern, dass das Leben voller schöner Überraschungen ist. Lass dich verzaubern und genieße jeden Moment. Die Ausrichtung des zweiten Viertelmondes in Schütze bildet ein herausforderndes T-Quadrat mit der Sonne in Jungfrau und dem rückläufigen Neptun in den Fischen. In dieser Zeit kann es zu Spannungen und Frustrationen kommen, die zu Meinungsverschiedenheiten und Konflikten mit anderen führen können. Doch diese Herausforderungen haben auch einen Silberstreif am Horizont. Wenn du einen Schritt zurücktrittst und dir Klarheit verschaffst, bevor du reagierst, kannst du Probleme schnell lösen und Beziehungen reparieren. Geduld und effektive Kommunikation werden entscheidend sein, um diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Karte Eremit steht für Selbstbeobachtung, Einsamkeit und die Suche nach innerer Weisheit. Diese Karte deutet darauf hin, dass du dich heute vielleicht zu introspektiven und einsamen Aktivitäten hingezogen fühlst. Sie steht für eine Zeit der Selbstreflexion und den Wunsch, Antworten von innen zu suchen. Der Eremit ermutigt dich, dir Zeit für Einsamkeit und innere Einkehr zu nehmen. Er erinnert dich daran, dass du Klarheit und innere Führung finden kannst, wenn du tief in deine eigenen Gedanken und Gefühle eindringst. Neben dem Eremiten haben wir die Sieben der Kirche. Diese Karte steht für Entscheidungen, Fantasien und Illusionen. Sie steht für eine Zeit, in der du viele Möglichkeiten hast und dir verschiedene Entscheidungen und Träume präsentiert werden. Die Sieben der Kirche fordert dich auf, die vor dir liegenden Möglichkeiten aufmerksam wahrzunehmen und zwischen dem, was realistisch ist, und dem, was illusorisch sein könnte, zu unterscheiden. Sie erinnert dich daran, dass nicht alle Möglichkeiten so sind, wie sie erscheinen, und dass du Klarheit brauchst, um gute Entscheidungen zu treffen. Als letztes haben wir die Zwei der Schwerter. Diese Karte steht für eine Entscheidung, die Ausgewogenheit und sorgfältige Überlegung erfordert. Sie steht für eine Zeit, in der du an einem Scheideweg stehst und eine Entscheidung treffen musst. Die Zwei der Schwerter ermutigt dich, deine Optionen sorgfältig abzuwägen und ein Gleichgewicht zwischen gegensätzlichen Wünschen oder Standpunkten zu finden. Sie erinnert dich daran, dass du Entscheidungen manchmal am besten triffst, wenn du nach innerer Harmonie suchst. Der Eremit, die Sieben der Kelche und die Zwei der Schwerter ergeben zusammen eine Kombination aus Selbstbeobachtung, Wahlmöglichkeiten und dem Bedürfnis nach Klarheit bei der Entscheidungsfindung. Nimm dir heute die Energie des Eremiten zu Herzen, indem du dir Zeit für Selbstbeobachtung nimmst und nach Antworten aus deinem Inneren suchst. Nutze die Einsamkeit als Mittel, um Klarheit über deine Gedanken und Gefühle zu gewinnen. Gleichzeitig verkörpere die Energie der Sieben der Kelche, indem du dir die Entscheidungen, die vor dir liegen, genau überlegst. Wähle deine Optionen mit Bedacht aus und vermeide es, dich in unrealistischen Fantasien oder Illusionen zu verlieren. Kanaliere die Energie der Zwei der Schwerter, indem du deine Entscheidungen sorgfältig abwägst und ein Gleichgewicht zwischen widersprüchlichen Wünschen findest. Strebe nach innerer Harmonie, während du die anstehenden Entscheidungen triffst. Diese Deutung steht für einen Tag der Selbstbeobachtung, der Unterscheidung und des Bedürfnisses nach Klarheit bei Entscheidungen. Nimm die Energie des Eremiten an, indem du nach innerer Weisheit suchst. Lass dich von der Sieben der Kelche leiten, wenn du Entscheidungen triffst, die mit der Realität übereinstimmen. Nutze schließlich die Weisheit der Zwei der Schwerter, um deine Entscheidungen sorgfältig abzuwägen und einen ausgewogenen Ansatz zu finden. Denke daran, dass Klarheit und innere Harmonie wichtig sind, wenn du die vor dir liegenden Entscheidungen triffst. Wenn du die Qualitäten dieser drei Karten kombinierst, kannst du den Tag mit Selbstbewusstsein, Unterscheidungsvermögen und einer ausgewogenen Perspektive in deinem Entscheidungsprozess bewältigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017